So, insgesamt haben wir jetzt in Dubai hier mit den zwei Neuen, die heute angereist sind, in den nächsten Tagen reisen noch viele an, 31 Vertriebler sind wir, inklusive mir. Zwei Wochen, exakt auf den Tag, bis gestern, heute Umsatz steht ja noch nicht rein, haben wir in zwei Wochen aus Dubai 558.800 Euro, Rest der Welt 29.200, die kommen heute dazu. Wir haben 600.000 Euro an Provisionserlösen gemacht, ja, andere Firmen reden von Umsatz, wir reden von Provisionserlösen. 70% dieser 600.000 gehen an wen? An uns. Markus, hallo, grüß dich. Hi. An wen? An uns. 30% geht an die Firma, danke. So, Herr Meilow, dein Futter ist gerettet. Das heißt, so, Ziel ist es, für jeden zwischen 3.000 und 500.000 Euro in den letzten zwei Monaten, November, Dezember und Oktober, sollte eigentlich jeder sechsstellig nach Hause gehen. Das ist unsere Mission, dafür sind wir hier. Wir haben gestern 44 frische Angebote im Wert von über 160.000 Euro gehabt, mal zur Info. Das machen andere Firmen in zwei bis drei Monaten, das hatten wir gestern. Wenn man hier 150.000 Euro am Tag kann, kann es hier nicht toppen. Wie viele sind es heute geworden, wie viele Angebote, die jetzt rausgehen? Insgesamt haben wir aus 44.000 Euro. Nein, das war ja gestern. Okay, jetzt. Schwierig. Blond, ja, kann man abazieren. Blond und doof, ja. Wie viele? 61 Stück gehen jetzt nochmal raus. 61 Stück, also über, ja, roundabout eine Viertelmillion Euro. Aktuell gehen wir jetzt dahin, ja, diese 600.000, das ist schon fertig, ja. Das sind die Provisionserlöse, die schon da sind. Aktuell haben wir ein Angebot raus am Tag, ungefähr zwischen 175.000 und 250.000 Euro. Das ist das Ergebnis, nach exakt morgen bin ich vier Wochen hier. Zwei Wochen haben wir unser Office, ja. Die Zahlen sind gut, wir können besser, viel besser. Ich will, dass jeder, jede Regie mit mir arbeitet. Und die, die noch kommen, keiner, keiner darf innerhalb der nächsten zwölf Monate, beziehungsweise jeder muss innerhalb der nächsten zwölf Monate, auch die hinter der Wand, die noch bei Versionskonzernen in Deutschland arbeiten und sich hier nicht zeigen, aber bald nehmen wir alle Gott sei Dank auseinander, wo sind denn die ganzen Vertriebler? Die sind in Dubai beim Göker, ach so, na dann, super. Ja, müssen, jeder, das ist mein Ziel, jeder wird hier Euro-Millionär sein in einem Jahr. Jeder, der hier sitzt, dieses Jahr anfängt, dieses Jahr, wird am 01.01.25 Euro-Millionär sein. Jeder, ausnahmslos, kriegen wir das hin? Ja. Was brauchst du dafür? Du brauchst Räumlichkeiten, haben wir. Porno-Räumlichkeiten. Da hinten ist Burscht Khalifa, ne? Ja. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er. Hier. Bin ich heute Morgen noch, habe ich Außenfassade gereinigt. Da ist er, guckst du. So. Okay. Dann brauchst du einmal Farid, sonst geht's nicht. Gute Laune und Umsatz. Ja, könnte ich eigentlich mal ein Beispiel nehmen, in zwei Wochen. Super, überragend. Ja, super, das haben wir auch geklärt. Das läuft gut. Bitte, wichtig, dass wir konzentriert arbeiten, dass wir fokussiert sind. Keiner lässt sich am Arbeitsplatz von einem anderen belabern. Wenn einer kommt, was sagt ihr? Macht die Karriere, die sind kaputt. Wo stehen wir? Bei Null. Wo stehen wir? Bei Null. Was sind wir? Checkt ihr es. Was sind wir? Checkt ihr es. Leute, lasst uns alles zerstören. Dankeschön. Auf geht's.